hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge real im royal beta hier auf meinem kanal ob Glocke oder können bin es wenn lasst den abon da leitet die video schreibt das in die kommentare und aktiviert die glocke entschuldigung instagram und twitter unten in der beschreibung verlinkt und los geht es in 5,4,3,2, und... und runde nummer drei wir sind im freien fallen ich hab na 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 ich hab grad keine lust mehr bei real im freien bin ich gerade sehr demotiviert weil es kann besser laufen aber heute grad gar nicht weil jedes mal wenn ich so einen kontakt hab behaupte ich zwar ich hab den besseren angriff wie wir ihn eigentlich hatten und gesehen haben und er holt seine mp raus und ballert mich weg und ich mache mit dieser komischen pump erstmal richtig schaden aber das zählt nicht ich hoffe der gegner eine schnellere knarre hat das zählt also so kam es mir gerade vor deswegen bin ich gerade sehr demotiviert diese aufnahme von vilem royal beta 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 ich könnte noch bessere knarre brauchen ein fabeltier ein fabeltier wie hieß denn das? wie hieß denn das? ah da ist was... ok... komm den kill müssen wir doch mal machen... denk hinein dein... ey was ist... ey heute ist doch jeder besser als ich... ja 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 ich kann auch... mit der knarre kann ich schießen... ich kann mit der knarre schießen... äh hallo... der Mann hat jetzt wenig schuss... wo ist denn hin... äh ich glaube heute ist nicht mein... oh man... ja 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 komm 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 komm... nein nehm ich dann... stopp... also mei war das mein kill... ja... boah was ist denn heute los... ich krieg heute keine gute kills hin... also das ist ja heute so eine Aufnahme... gut nicht nur heute aber... wollte ich gar nicht... ich wollte die Waffe wechseln... was mach ich denn... soo... soo... ok... wir haben einen kill... hey besser als Runde Nummer 2... da hatten wir keinen... hier ist der... ich komme... ok... 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 also eigentlich hab ich mir geschworen das Ding nicht zu nehmen... aber wir nehmen es diesmal mit... soo... halt... wir versilbern unsere ganzes... wir müssen versilbern unsere ganzes... wir müssen versilbern unsere ganzes... wie war ich denn von hier? kam ich doch oder? ne... der andere kam von hier... ahhh... ok... wir haben jetzt ein paar super goldene Waffen... was extrem stark ist... eigentlich... das heißt... jeder Kontakt müsste von uns... von uns... von uns... positiv ausgehen... ja... für uns positiv ausgehen... ich hab grad wieder Probleme mit dem reden... tägliche Quests abgeschlossen... cool... traubig... äh... war hier nicht ne Kiste... ja... aber was... das holen wir uns doch noch... ne... weil bei dem einen Video hab ich mir eigentlich gesponnen... nie wieder... äh... dieses... LMG... ich glaub ich hab sogar Maschinen... äh... MMG gesagt... aber LMG... weil ich damit gar nicht klar kam... wo... 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 hier... ich sehn... ich sehn... komm... 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 Johohohoho... Also... immer ich beim letzten mal falsch gemacht mit dem Ding... Johohohoho... Es gibt's doch nicht das Runde Nummer... Haloo... Hä... ich wollte gerade nicht Romans spiesperinen... was macht man, äh... Es kann nicht sein, dass ich jetzt auf einmal so gut abschneide... Ich will nicht wechseln, hallo? Ich bin wieder mal so blöd und drück den falschen Knopf. Da bin ich richtig gut drin. Okay, wir haben gute Waffen. Schade, Runde 3 war richtig mies. Runde 2, Runde 3 ist wieder mal okay. Jetzt ist das natürlich wieder mal alles nicht so, wie es sollte. Gegner, wo seid ihr? Ja, indirekt habe ich gedacht, es wird jetzt hier noch mal so ein 2 Minuten Ding und ich sterbe. Jetzt wird das Video länger. Ich kann aber auch nicht die da irgendwas so groß cutten. Außer von dem Lauf jetzt hier. Diesmal war das LMG richtig gut. Das gibt es doch nicht. Das habe ich letztes Mal falsch gemacht. Warte ihr schon? Ja. Joa, wenn mir jetzt einer sagen würde, wo Gegner sind. Ich hätte jetzt wirklich sehr gerne Kontakt. Das hat so komisch gezuckt. Habt ihr wieder kein Internet? Ey, das ist jetzt so die nächste Angst. Oh Mann, ey. Real M, bitte arbeitet dran. Ihr seid kostenlos. Ja, ihr macht auch nur bei Skins. Ja. Geld also, aber bitte. Oh, das lag schon wieder. Das gefällt mir gar nicht. Ich sehe auch keine Anzeige, dass jemand stirbt. Doch, vierte Spieler übrig. Okay. Stand aber eben schon da. Wenn ich jetzt keine Kiste öffnen kann, hat sich wieder aufgehangen. Nein, alles gut. Also ich war nicht hier, aber jemand war hier. Oder bin ich gerade im Kreis gelaufen? Ich bin im Kreis gelaufen, oder? Nee. Das sieht doch hier alles gleich aus. Was bin ich denn? Eigentlich noch gut in der Zone. Äh, Gegner? Ich will Kontakt. Hallo. Ja, dann werde ich mittendrin was rausschneiden. Also wenn ich bin dann, wenn meine Stimme irgendwie abkackte. Oder beziehungsweise ich bin drin, aufhör zu reden. Hier war jemand. Die Kisten haben sich gerade wieder geschlossen. Nur für mich. Nein, für jeden Spieler. Nein, nur für mich. Was habe ich jetzt für eine Runde aufgehoben? Oh, jetzt sieht die was? Keine Ahnung. Irgendein CC-Schutz. Jo. Ähm. Wir haben nochmal zwei Kontakte gehabt. Runde eins genauso. Also zwei Kills. Und die Runde drei auch zwei Kills. Äh, ich werde vielleicht sogar Runde zwei komplett rausschneiden. Also nicht wundern, was ich hier für Bullshit labere. Weil mir das gerade jetzt wieder so... Hm. Ich schwöre, ich wollte nur ganz kurze Runde, damit ich ein paar Minuten für ein Video hinkriege. Und jetzt habe ich jetzt auf einmal schon wieder zu viel Zeit. Ah, so heißt das. Pilz-Dschungel. Nicht Pilz-Stadt. Ah. Okay, wir gehen zum Pilz-Dschungel. Ja, ich kann mir da noch ein, zwei Kills holen. Oder wir sterben. Eins von beiden. Die Fliege. Die Dschungel. Ich bin da. Oh. Super alten Landung. Super alten Landung. Kein bisschen gesund, aber alles okay. Es ist kein Gegner da. Wie wunderbar. Joa. War da gut? Schüsse, Schüsse. Was ist das denn Pilz-Dschungel so? Hä? Über mir? Wie komme ich hoch? Hä? Hä? Ich bin gerade total los. Ich bin gerade total los. Alter, sah das gerade geil aus. Komm schon, dritte Kill, dritte Kill. Ja. Nein, 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 nein. Ich würde zwar eigentlich die Runde vorzeitig beenden, bin ich ganz ehrlich. Aber absichtlich sterben ist nicht mein Ding. Wo ist der Reiter hin? Oh, ich kann nicht mehr. Hä? Da. Na, hier. Das ist jetzt wieder einer, der die schlechtere Waffe hat. Aber den besseren... Ah, ja, 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 ja. Komm schon. Ja. Kill, Nummer 4. Also wie gesagt, absichtlich sterben ist nicht mein Ding. Ich habe sogar gerne Gedanken. Ich wollte wirklich nur ganz kurz. Es ist wieder extrem lang. Vielleicht machen wir auch Runde 1 und Runde 2 raus. Ich weiß es nicht. Ihr werdet es am Ende sehen. Wie ich das Ganze cutte. Weil bis jetzt sieht es gerade sehr gut aus. Wir haben jetzt theoretisch nochmal 10 Minuten, 11 Minuten. Na gut, das ist Runde 1, sage ich mal ganz freundlich. 4 Kills. Das davor schneide ich alles raus. Wir haben auf jeden Fall jetzt genug Zeit für ein eigenes Video. Mit der Runde Nummer 3. Die jetzt auch Runde Nummer 1 wird. Das werdet ihr auch sehen. Ich habe leider keine Anmod. Haha, das werdet ihr auch sehen. Ach doch, die schneide ich mir da raus. Okay, ich habe eine Idee. Ich cutte mir den Anfang raus und schneide ihn hier rein. Wo? Wo? Ich will mitspielen, ich will mitspielen. Ich komme, Kinder, wartet auf mich. Ich will kill Nummer 5. Alter. Ey, warum haust du das ab? Ey, nee, ne? Das gibt es. Egal, Videolänge reicht. Mist, was war ich da? Okay, danke fürs Zusehen. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Einen guten Morgen und einen noch besseren Abend. Ich bin hier mit raus. Peace. Ne, mich. Mann, Egentlig. Untertitelung des ZDF, 2020